In Indiens nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh protestieren Landwirte weiterhin auf den Strassen. Sie sagen, dass die Beamten ihnen unfaire Entschädigungen für ihr Farmland bezahlt hatten. Das Farmland wird für eine neue Schnellstrasse, den Yamuna Expressway, verwendet. Im neuesten Handgemenge letzten Dienstag nahe Agra wurden mehrere Polizisten und örtliche Beamte verletzt. Die aufgebrachten Landwirte protestierten gewaltsam gegen die Behörden und gerieten heftig in Konflikt mit der Polizei. Die Polizei schoss daraufhin mit Gummigeschossen und Tränengas, um die gewaltsame Menge zu zerstreuen. Wir bemühen uns, mit den Dorfbewohnern zu reden und sie die Situation verstehen zu lassen. Mehrere Polizeibeamte und ein Beamter wurden während des Gemenges verletzt. Wir haben jeden angewiesen, keine Geschosse irgendwo abzufeuern. Einige Beamte und Mitarbeiter der örtlichen Verwaltung wurden verletzt, aber die Polizei hat auf die Verwendung von Tränengas gegriffen, um die Menge zu zerstreuen. Autoritäten sind zu den Dörfern gefahren und versuchen mit den Landwirten zu reden, damit irgendeine Lösung durch einen Dialog erreicht werden kann. Am Sonntag zuvor randalierten die Landwirte in der Region Aligar, Uttar Pradesh, als Zeichen des Protests gegen den unfairen Landankauf für das Autobahnprojekt. Die Regierung kaufte das Farmland für die Yamuna-Schnellstrasse, die einen Vorort von New Delhi mit Agra verbinden soll. Die Fertigstellung wird für nächstes Jahr erwartet.